willkommen zu einem neuen video heute möchte ich euch die neue 20 euro münze aus deutschland zeigen und zwar zu ehren von nelly sachs wurde mir gestern geliefert und ich habe momentan eine davon in stempelklang nämlich genau diese hier und auch noch mal die vorderseite dazu hier wieder zu sehen die oder deutsch adler darunter mit dem schriftzug silber 925 und das ganze wie schon erwähnt von 2016 präge städte f also stuttgart ein sehr schönes stück dieses mal oder auch finde ich zumindest der ordner sehr gut getroffen ist auch nicht immer der fall und auch das motiv ist dieses mal gut gewählt wie ich finde genau das auch schon für dieses video vielen dank fürs zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dahin tschüss